Hallo Oberhausen, es ist wieder soweit. Die schönste Jahreszeit ist jetzt. Es ist Karneval. Haltet eure Krawatten fest, ich habe eine Schere dabei. Wir sind nicht nur heute zum Feiern hier, sondern ich suche auch das kreativste Kostüm. Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach dem kreativsten Karnevalskostüm. Zwei Karten fürs E-Bandrad für die nächste Show ab April sind drin. Oh, 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 das gefällt mir. Wir sind das kreativste Team, weil unser Chef uns zwei Tage freigegeben hat. Erstmal sind wir Ninja Turtles, zum anderen haben wir auch noch selber Dinge uns dazu überlegt, also wir haben da Strasssteine draufgeklebt. Wir waren nämlich mit dem Stadtkinderprinzenpaar in Berlin und haben genau dieses Kostüm gesucht und gefunden. Warum ist Ihr Kostüm denn das Beste? Weil ich die Beste bin. Weil es leicht gemacht ist, für einen kleinen Preis zu haben und immer viel Spaß bei einem selber und anderen bringt. Und wir haben zum Beispiel uns einen Jogginggürtel dazu besorgt als Handtasche, weil hier drin sind dann unsere Wertsachen, damit wir extra keine Handtasche dabei haben. Schreibt einfach unter den Beitrag, welches Kostüm Euch am besten gefallen hat. Sie haben gar nicht den Stefan-Kennyschnur. Wen suchen Sie Stefan? Aufgetrein? Nein, ich hatte auf den Stefan Göke gewartet, ob ich ihn vielleicht mal live aufzähle. Aber Sie sind auch nett. Bei uns schützt ich euch ja los. Wir fliehen die ganze Jahre, wenn ihr noch los war. Da sind wir dabei. Das ist prima. Bei uns schützt ich euch ja los. Da sind wir hier. Bei uns schützt ich euch. Ja!